Was ein Fickvieh ist das denn? Komm aus dem Wasser. Ja, komm zu Papa. Komm zu Papa. Ich weiß nicht, wo ich... Ich mach das gerade im Wasser, aber es bringt... Ah, du Fickvieh. Komm her. Es backt am Stein, das ist toll. Mist. Du bist so langsam. Warum bist du so langsam? Ich habe eine schwere Rüstung dran. Ich hab jetzt gebraucht, du mittehörst ja. Geh doch einfach die Stufe hoch. Und Lydia kommt da so 10 Stunden später. Und backt. Eine Distel. Distelzeig. Ah, warte mal. Wir können aber kurz mal gucken, was der andere da macht. Ach, die Elder Scrolls gibt es ja auch online, ne? Äh... Ja. Elder Scrolls Online PS4. Ich weiß nicht, ob es nur für PS... Ne, ich glaube, Elder Scrolls Online gibt es auch für PC. Aber es ist ein Extraspiel, ne? Ja. Leider. Guter Hund. Ich bin müde. Oh, ich lauf gerade gegen den Charmen. Nein, ich habe auch nicht mit Sven geredet, du kleines Fickvieh. Jetzt lass mich mit Algo reden. Danke. Ich weiß es doch! Ich sag mir endlich deine Schmiede benutzen, danke. Treff nicht. Was? Ach so. Das wäre so. Was war das? Mein armer Stuhl. Der hat jetzt Stuhl gegangen! Warum? Okay, ich muss immer so ein bisschen Eisen... Ach, okay, Kacke. Was auch immer ihr benötigt. Bei ist mir der Essen. Oh, ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Oh. Dankeschön. Jetzt lass mich dir... Was? Ah, was? Ich hab nur den Schuhsaal. Wozu baust du jetzt ein Dolch? Wie mal er es will. Ist er willig? Ah, nein, er hat noch auch. Und er ist der Onkel von dem einen Kaiserlichen, bei dem wir auch hätten mitgehen können. Am Anfang. Oh, hä? Das heißt, wir hätten eigentlich auch... Titten. Was? Nein, Titten haben wir doch. Guckst du. Da. Irgendwo da drunter. Ey, Lydia hat größer als sie. Ja eben. Ich will diesen Eisenhelm endlich loswerden. Warum? Ich hasse ihn. Sieht doch geil aus. So sehen wir aber viel geiler aus. Boah, war mir so ein Platsch. Hier ist dein Eisenbohr. Ich krieg mir das Geld. Oder wie werden wir bezahlen? Ihr braucht nur etwas Metall. Mit dem Schleifstein dort drüfen. Das ist traurig, aber ich weiß schon die Hälfte. Ich nicht. Ich schon. Mach meine Maus nicht kaputt. Ich doch nicht. Hallo. Und jetzt? Pilzhelm. Warum? Ist der besser als der andere? Nein, weil er das immer noch will. Hey, was soll denn das? Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, bitte. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Ja. Würde ich sagen. Härte ein. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch. Bis zum nächsten Mal. So sexy. Schau. Irgendwie sehe ich in der Cam einfach so viel größer aus wie du. Normalerweise ist es halt wirklich so, dass ich so klein bin und er so... Wurde. So. Aber so viel größer als ich. Jetzt bin ich übrigens auf der Tittenhöhre. Übt nur fleißig. Dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Ja, ich weiß. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Ja, schön. Danke. Du bist so fett, Luca. Ich weiß. Warte, ich kann... Warte. Nein. Gib mir das! Fick, fick. Klingen. Schelme. So ziemlich. Alles, was ihr braucht. Eisenbarren. Leder haben wir selber. Können wir selber auch herstellen. Wurde sind auch gut, aber wir brauchen gerade eher nur Eisenbarren. Und nicht 38. Neun sollten sie erstmal tun. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Eisen. Eisendolch. Wow. Achso, ich habe keinen Deder. Ach. Warte mal. Eisenkriegsachs, Eisenkriegshammer. Was ist davon jetzt besser? Ich überlege gerade. Und das... Behänderte Eisenrüstung? Warte, wie viel hat die... Beh... Beh... Behämmerte. Behämmerte, du Behämmerte. Hast du gerade... Hast du gerade... Hast du gerade das Geräusch gehört? Ich habe keine Kopfhörer drin. Ja. Bist du? Äh... 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 Nein, das sind viel zu komisch. Meine sind nicht komisch, meine sind toll. Nein, komisch. 35 und... 30 Gewicht. Aber die hat die Verzauberung. Wie die Verzauberung? Achso, steigert die Werteid. Egal. Machen wir später. Ich habe keine Ahnung wie lange wir jetzt schon aufnehmen, aber... 53 Minuten. Das wird wahrscheinlich für eine Folge reichen jetzt. Oder für vier, wenn ich mich gut einstelle. Dafür müssten wir aber jetzt noch 7 Minuten weiter. 7 Minuten. Ja. Dann reicht es für vier Folgen. Nee. Je 15 Minuten. Nee, das ist scheiße wegen einem Drachen. Das solltest du dann rausschneiden. Aber wenn du dann weg bist und wir nicht mehr aufnehmen können, reicht dann vier Folgen mehr. Ja, dann musst du halt wieder alleine zocken. So schlimm ist das nicht. Naja... Wenn ich noch nicht mal eine Ahnung habe, wie man gut cheatet in Skyrim. TG. TG. Ging ganz einfach. Ja, und ich bin zu blöd. Ja, okay. TG. TG. Ich glaube, das würde ich sogar machen. TG. schreiben nein psb mache ich jetzt nicht jetzt bist du hast du alle sprüche ach du kannst aber psb machen und tgm wenn privat spielten hast du kannst du schwerter und sowas beschwören da war gerade ein wolf hallo hallo erschreckt mich also ich bin ein wasser tschüss okay nein kommst du jetzt nicht mehr daraus oder was doch aber nur schwer danke lydia was hat die gesagt die hat den gedötet merkt man nach allem fein warum man sie ist wort zum fick auch immer schönheit du gehst jetzt mal nach hause wo auch immer dein zuhause ist hier trennen sich unsere wege warum das nimm die doch mit falls ihr wieder auf den drachen aber hier endet auch diese folge nein das ist sperma ist das sperma what the fuck das ist richtig in der kamera man sieht mich nicht oh nein jetzt geht das schon wieder los ich hätte das das ist total das projekt placement nicht doch drei millionen dafür wo ist mein porsche den hast du schon wo anders reingesteckt ich habe keine ahnung weil du ich keine ahnung wo du darfst du knie nieder ja aber dann mache ich was anderes ich glaube mein lippenstift ist gerade so ziemlich am arsch aber erkennt man an der kamera und ich flüster gerne ach wenn du mal kannst mal das das spiel 7 days to die ausprobieren 7 days to die kostet zwar 35 euro aber es ist gut aber es ist noch eine alpha aber es ist saugeil ich schaue es dir beim marketplace an es ist einfach nur so geil aber du musst es wenn dann im multiplayer spielen ansonsten ist es langweilig was heißt langweilig aber es ist einfach viel geiler wenn du multiplayer spielst und es hat auch eine bescheidene grafik eine grafik grafik klau doch was oder machen irgendwas nein das darfst du dann nehmen Flieg, Karren! Ich hab gesagt, flieg! Ja, das mach ich auch immer. Ja. Bin vorsichtig mit diesem Karren. Ja. Aids und so, ne? Äh, vieles. Was nicht kostet. Ich habe Bock, dieses Hühnchen zu töten. Mach das nicht, das habe ich im Singleplayer gemacht und wurde hart gefickt. Von? Den Wachen? Achso. Ich hab gedacht, du meinst jetzt von dem Hühnchen. Genau! Ich bin in Skyrim gestorben. Ja, warum? Zelda! Nein! Hühner sind nicht zu unterschätzen! Verleidenschaft Zelda. Mein ganzes Leben wurde von denen zerstört. Was ist denn da so wies zu mir? Gib mir den scheiß Lauch! Meine Fresse! Nee, ey, gib mir den Kohl! Boah, was denn? Das ist selber ein Lauch. Kartoffeln. Warum ist hier keine Kartoffel? Ich wollte gerade sagen, hallo. Warum ist da ein Fass? Oh, danke. Kann ich dir gerade direkt was kochen? Was gibt's hier? Holz. Holz. Fass. Kohl. Kann ich da halt? Darfst du da alles klauen, oder? Er sagt nichts! Da steht nichts von wegen Stehlen. Wo ist Feinde? Jetzt steht da was von Stehlen. Ah, das Buch darfst du natürlich lesen. Einfach so. Gehst du fremde Häuser und sagst so. Ah, hier. Na. Trollschäle. Ich will diesen... Lauch. Gegrillter Lauch. Ey, Feinde, da bist du gerade noch nicht mal da. Warum kann ich denn einfach so in sein Haus rein? Nee, eben frage ich mich auch. Haben wir dir jetzt was gelaufen? Merkt er nicht, ne? Nö. Weil ich nicht beobachtet war. Und vor allem das Geile ist, wenn ich's dann jetzt schon direkt benutze... Was? Irgendwann, das ist... Gestohlen, gestohlen. Das brauche ich gerade auch gar nicht. Aber jetzt darf ich halt nur nicht irgendwie bei irgendwas klauen erwischt werden, weil dann wird mir alles, was ich geklaut hab, abgenommen. Hat er gerade halt psscht gemacht? Ach so, da hörst du ja gar nichts. Aber ja, dann wird mir alles... Ich bin kein dummer Hund! Du Wichser! Oh, oh, oh. Kannst du das glauben? Was? Er hat mich einfach dummer Hund genannt. Er hätte ja eher Kuh sagen sollen. Also, so würde ich ne Frau beleidigen. Doofe Kuh. Ich bin eine Frau. Oh, fuck. Ich würde, wenn ich's machen würde. Ja, 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 ja. Ja, ja, es leckt mich am Sack und ich hab keinen. Nee, es leckt mich am Arsch. Egal, ich sag trotzdem, wer zu leckt mich am Sack. Mal, da oben ist eine Wache. Ich frage, das ist geil. In Oblivion konntest du einfach mit den... Ups. Oh, du Gott. Hey, warum krieg ich keinen Schaden? Ich hab TGM aber nicht mehr an, ne? Versuch's doch. Und das war's auch für diese sehr produktive Folge von... Skyrim. Ja. Mit Idioten. Also mit einem Idioten. Ja, ich bin ein Idiot. Du bist ein Vollidiot. Nein, auf jeden Fall. Das kann sein, dass es jetzt die letzte Folge mit mir war. Oder auch nicht, weil ich zieh um, also... Sie zieht sich hier drin um. S, nein, und, ähm... Aua. Du bist so fassend, tut mir leid. Und ja, vielleicht komm ich nochmal mit dem TS und dann skypen wir, äh, reden wir während er Skyrim zockt oder sowas, oder, ja. Ja, dann gibt sie mir Tipps und ich mach Sachen. Ja. Oder ich mach Bild, obwohl wäre das zu lächig, wenn ich Bildschirmaufnahme und gleichzeitig... Ja. Oder wir streamen. Mit dem PC. Es regnet. Du weißt schon, dass Streaming fucking aufwendig ist. Es geht. Aber für den PC ist es zu viel. Ich kann ja nicht mal Minecraft flüssig streamen. Na gut. Also. Ups. Okay. Verkackt. Oh, scheiße. Warte. Nein. Nein. Oh, nein. Egal. Nein. Ah, sie hat's geschafft. Okay, jetzt ist das nur die Frage. Geht das so? Ja. Na ja, Spielstand. What the fuck? Weckte sich einfach mal ins Skyrim. Okay. Also. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich werd's vermissen. Ich auch. Soll ich? Was? Aufnahme stoppen. Ja, guck mir aus. Es geht nicht. Ja, weil du noch im Game bist. Da kann die Maus nix machen. Bei GTA 4 wär's schlimmer. Da kann die Maus außerhalb des Games alles machen. Aufnahme stoppen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht.